Servus Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich wieder auf der Husky unterwegs und es kam jetzt auch länger kein Video mehr. Wird aber in Zukunft wieder mehr kommen. Ich habe es einfach zur Zeit, zeitlich nicht mehr hinbekommen, irgendwie Videos zu machen. Ich bin auch fast kein Motorrad mehr gefahren. Aber das will ich jetzt wieder mal grundlegend ändern, weil jetzt kommt der Sommer, der Sommer ist schon da und ich habe richtig Bock. Oh, wie ich den FMF hier liebe, das macht schon wieder Bock. So, wir üben jetzt mal, sag ich mal. Ich bin doch am Wheelie üben, sag ich mal. So. Es war jetzt vierter Gang und ich finde auch, bei mir fällt es wesentlich einfacher, in dem vierten Gang einen Wheelie zu machen, beziehungsweise den zu halten. Klar, ist es logisch, dass wenn du im niedrigen Gang noch nicht so hoch bist, als praktisch noch am Anfang bist und noch nicht so richtig hoch kommst, dass es dann wesentlich schwerer ist. Also, dann kannst du ihn auch nur kurz halten und nicht so lang jetzt wird es, also es war jetzt auch nicht so lang, es war einfach ein Stückchen. Ähm, oh, ich diesen FMF lieb, ey. Ist der Sound einfach. Ähm, noch nicht so lang zu halten. Ach, was laber ich schon wieder zusammen. Ich meine jetzt, dass wenn ihr noch nicht hoch oben am Kipppunkt seid, dass ihr dann ja praktisch noch schneller werdet und ihr auch den Wheelie nicht lang halten könnt. Und dann, wenn ihr schneller fahrt, von der Strecke her, haltet ihr auch logischerweise den Wheelie dann länger für die Zeit, weil ihr schneller seid. Ja, eine längere Strecke haltet ihr den dann, nicht eine längere Zeit. Ähm, ja, aber was mir geholfen hat, ist wirklich, in den kleinen Gängen Wheelies zu machen. Am Anfang war ich, oh, ich will länger Wheelies halten und so. Äh, bis ich irgendwann dann gemerkt habe, im ersten Gang einfach immer wieder. Und dann, wenn ich im ersten Gang besser geworden bin, bin ich im dritten, vierten, fünften Gang gar kein Problem mehr. Da ging das wie von allein. Das würde ich euch empfehlen, wenn ihr auch Wheelies anfangt, das bin jetzt kein Pro, Profi oder so, sondern ich mach das halt, ich bin auch noch Übung, äh, in der Übung und, ja, sind noch bei weitem noch nicht perfekt bei mir. Natürlich ist es auch, wenn ihr anfangt, am Berg einfacher ein Wheelie zu halten, wie auf einer geraden Strecke. So. Also, ich versuche jetzt mal, jetzt habe ich den ersten, zweiter. Ich habe die Standardübersetzung von, äh, fuck, was ist die Standard? 11 zu 50. Ich weiß nicht mehr ganz, was vorne ist, aber auf jeden Fall habe ich die Standardübersetzung drauf. Und mit, am Anfang habe ich mir echt immer, bin ich nach meiner kmh-Zahl gegangen, wann ich jetzt die Kupplung kommen lassen muss, wie viel Gas ich gebe und so. Weil praktisch, ich fahre jetzt, keine Ahnung, jetzt fahre ich 15 kmh, sag ich. Und dann gebe ich praktisch Gas, kuppel. Gebe praktisch, äh, schon Gas. Dann kuppel ich, gebe weiter Gas und dann lasse ich die Kupplung wieder kommen. Ich mache es praktisch nicht so, dass ich jetzt eine Geschwindigkeit fahre, dann die Kupplung ziehe und dann mehr Gas gebe. Ich gebe praktisch schon davor, beschleunige ich und dann, ab meiner gewissen Geschwindigkeit, lasse ich dann die Kupplung, ziehe ich die Kupplung und lasse flitschen. Ja, ist im Endeffekt auch relativ einfach. Oh, wie ich das liebe, ey! Und was soll ich jetzt noch sagen? Ja, ist im Endeffekt einfach. Ihr müsst es halt mit der Kupplung flitschen raus haben, aber dann einfach nur noch. Ich war am Anfang auch so, ich habe Wheelies gemacht, war, keine Ahnung, 30, 40 cm, äh, 40 wäre wahrscheinlich schon viel, 20 cm über dem Boden mit dem Vorderrad und dachte mir, warum bei jedem Mal, wenn ich gefahren bin, warum wird das nicht besser, warum wird das nicht besser? Und, habe da echt auch eigentlich, ja, ein bisschen Zeit gebraucht. Oh, ich fahre jetzt nicht den Schotterweg, ey, sonst wird mein Bike noch dreckiger, wie es eh schon ist. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ähm, genau, und habe mich dann informiert, Videos angeschaut, wie mache ich den perfekt, wieso klappt das bei mir nicht? Habe mir angeschaut, angeschaut und jeder babbelt da ein bisschen was anderes, wie er es macht und so. Klar, mit der Hinterradbremse ist sau wichtig. Aber, was ich irgendwann gemerkt habe, ich habe einfach nur noch, ich habe mir kein Scheiß-Video von irgendjemandem angeklotzt, sondern ich habe einfach das, was ich gemacht habe, mit der, klar, mit der Hinterradbremse und so, ist schon nicht, ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, aber ich habe mir dann keine Videos mehr angeschaut, so wie mache ich Wheelies und so einen Scheiß, weil da babbelt jeder so, wie er es macht. Aber im Endeffekt muss man selber für sich rausfinden, wie man es am besten macht, womit man sich wohlfühlt, ähm, und das dann einfach üben, 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 üben. Einfach nur üben, mehr ist es nicht. Bei einem geht es schneller, der hat es halt, sag ich mal, mehr im Blut, beim anderen dauert es halt ewig, kann das ein halbes Jahr dauern, bis er, bis er eine Wheelie halten kann oder länger. Ähm, es ist aber so, aber dann müsst ihr das Gefühl dafür bekommen, es kommt natürlich darauf an, wie viel übt ihr. Übt ihr jetzt einmal die Woche 10 Minuten, dann dauert es natürlich ewig. Übt ihr jetzt jeden Tag eine Stunde, dann kann das auch schon in ein, zwei Wochen klappen. Aber es ist, wie gesagt, bei jedem anders. Was ich nur persönlich gemerkt habe, bei dem Bike, was mir so viel gebracht hat, ist wirklich das Fahrwerk. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dieses Fahrwerk ausmacht beim Wheelen. Also, ich habe, ich habe davor immer gesagt, ähm, Fahrwerk, jeder sagt, du brauchst es unbedingt. Ich habe mir dann gedacht, ja, das ist ein bisschen härter, aber das macht mir vielleicht, auf der Straße, wenn ich ballere, macht es mir vielleicht einen Unterschied. Ey, macht es einen Unterschied, was es auch macht, einen Harko-Unterschied. Weil ihr gerade beim Bremsen und Beschleunigen, beim Beschleunigen sinkt ihr immer so ein. Vorne hebt ihr aus, hinten senkt sich die Feder rein. So, beim Bremsen ist es ja genau andersrum. Und gerade auch für Stoppys oder so, viel geiler, viel geiler. Weil die taucht hier nicht immer so ewig ein. Ähm, und auch beim Wheelie halten habt ihr dieses Vers über den Hügel. Die Maschine bleibt halt einfach in der Pose und macht nicht hier, tü, 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 tü. Sag ich mal. Oh, da muss man runterschalten, ne? Und das ist halt echt, echt geil. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel ausmacht. Ich bin, beim Wheelies bin ich, vor allem auch Sicherheit hat es die dem irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie, du bist stabiler auf dem Bike, alles. Das ist alles viel schöner zum Fahren. Wenn du den direkten Vergleich hatte, ist das echt so krasser Unterschied. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also, Fahrwerk ist echt krass. Krasser Unterschied. Oh, das war nix. Ja, und mittlerweile mache ich das auch nicht, wie ich vorhin erzähle, nach KMH. Sondern ich habe dann irgendwo auch das Gefühl, wann kann ich jetzt hier Ding, wie schnell fahre ich und wie viel Gas. Das hast du dann irgendwann auch ein Gefühl. Am Anfang hat es immer echt nach den KMH gemacht. Hat mir auch echt geholfen. Aber jetzt nur noch nach Gefühl. So, ich überlege gerade, was, wohin könnten wir. Ja, wir fahren am 500 links. Alter, diese FMF einfach nur Liebe. Oh, ich liebe es einfach damit zu ballern. Das macht so Bock. Und auch die Kurven. In den Kurvenfaden bin ich echt so viel sicherer geworden mit dem Fahrwerk. Also, ohne Scheiß. Ich finde echt. Am Anfang habe ich auch gedacht, bei den Leuten, die ganzen Fahrwerk ist so wichtig und so geil. Da musst du, brauchst du, keine Ahnung. Was habe ich gedacht. Alter, leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht sein, dass das so, sag ich mal, viel ausmacht. Aber im Endeffekt ist es echt krass. Das ist echt ein krasser Unterschied. Und es ist jetzt nicht irgendwie zu viel, irgendwie hergesmacht. Es ist halt echt krass. Und es ist halt echt krass. Also, ich bin gerade auch am üben, bin es denn als Stoppies. Ich habe das auch schon davor mit dem alten Fahrwerk geübt. Da konnte ich es auch immer relativ gut. Aber jetzt mit 9, da muss ich mich noch ein bisschen reinfühlen. Aber es klappt. Es hat schon ein paar Mal ganz gut geklappt. Aber ja, da wird es wahrscheinlich noch mal ein extra Video geben. Ähm, was ich jetzt eigentlich noch machen wollte, ist mal die Kamera hinzustellen. Oh fuck, ich glaube, ich muss auch mal wieder meine Fahrerbremse entlüfteln, dies. Schon wieder, glaube ich, ziemlich... Ne, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte mal die Kamera hinstellen, dass ihr mal seht, wie hoch ich bin. Mach ich die Karre halt mal aus. Mir geht immer so beschissen, wenn die Karre an ist, der Leerlauf rein. Das ist echt Wahnsinn. Das ist aber halt schon ein Traum, die Karre, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ey. Mit dem Fahrwerk in blau, richtig geil. Ich bin einfach so stolz, Alter. So ein Bike hast, einfach nur krank. Und das fällt halt auf. Und das glänzt so geil in der Sonne. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera irgendwie rüber. Ähm, ja. Zum Fahrwerk habe ich auch, glaube ich, schon ein eigenes Video gemacht. Können da abchecken. Ist im Abspannen wahrscheinlich verlinkt. Und jetzt, das Fahrwerk eigentlich... Scheiße, hier hinten. Hier richtig schön geil. Ein Rainbow. Richtig geil. Ist halt schon richtig dreckig hier. Ja, ich glaube, ich habe das Bike erst zweimal gewaschen, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie habe ich auf Waschen nicht zu Bock. Es ist schon einfach nur geil aus, wie es da steht. Ja, egal. Also, ich stelle euch mal irgendwo hin. Und dann würde ich sagen, lasst schon mal ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020